Armin Grüßke von der Firma DTW hier in Hamburg. Wir vertreiben Kommunikationstechnik seit über 127 Jahren und sind die restlich verbleibenden Anbieter hier in Deutschland für diese doch modernste Technik, die wir heutzutage liefern können. Wir sind sogar von Gartner bestätigt, der Marktführer mit Cisco, Microsoft und den anderen Größen durch unsere Mutter Meitel und vertreten hier in Deutschland auch das gesamte Portfolio rund um Kommunikation von klassischer Telefonie bis hin zur modernsten Cloud-Telefonie, Collaboration und auch natürlich Video, was das Herz begehrt, passen wir am besten an.